Hallo ihr Lieben! Ja, schöne Grüße hier mal aus meinem Büro in Essen, wo ich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt das vorteilhafteste Licht haben werde für diese Aufnahme, aber wie euch allen wurde auch ich durch die Corona-Krise ein bisschen gezwungen innezuhalten und oder mit anderen Worten ein bisschen ausgegrätscht und zum teilweise pausieren gezwungen. Im ganzen Kultursektor stand ja erstmal vieles still und auch bei meiner Tätigkeit mit der Agentur war die letzte Zeit, die letzten Wochen waren da sehr geprägt von großen Unsicherheiten, vielen Absagen, Fragen, was passiert mit den Künstlern, was passiert mit meinen Verträgen und so weiter und so fort. Das heißt, man muss nicht darüber sprechen, viel ist einfach natürlich erstmal abgesagt worden und Stillstand hat die Zeit so ein bisschen geprägt. Wobei das natürlich auch so sein Gutes haben kann, wenn man da so ein bisschen in sich gehen kann. Bei mir war das neben ganz vielen anderen Dingen, aber auch so, dass ich jetzt endlich mal die Zeit gefunden habe, mir die Aufnahme anzuschauen von unserem Konzert in der Liederhalle und das ist ja jetzt auch schon drei Jahre her, wo ich mir gedacht habe, irrsinnig, wie die Zeit verfliegt. Aber ich habe das im Kai schon auch mal mitgeteilt, immer mal wieder. Das war für mich eine der schönsten Arbeiten der letzten Jahre, die ich erleben durfte. Sowohl der Probenprozess hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht, aber auch das Erlebnis dann auf der Bühne, wobei die Zeit in der Liederhalle selbst, die Probentage und die Aufführung, die gingen irgendwie an mir vorbei wie ein Verkehrsunfall, aber ein sehr schöner, wenn man das so sagen kann. Ich würde es mal so sagen. Und weil das war natürlich irre, was da ablief mit Regie, selbst moderieren und singen ein bisschen und Licht und Ton in Einklang bringen und die Solisten auch noch ein bisschen pampern. Also das war schon eine irrsinnig spannende Aufgabe und hat aber, es hat so viel Spaß gemacht und jetzt, wo ich auch die Aufnahme nochmal gesehen habe, einfach irre in der heutigen Zeit, die gerade auch im professionellen, kommerziellen Bereich geprägt ist durch Einsparmaßnahmen, so eine qualitativ hochwertige Produktion auf die Bühne zu bringen und in so einem fetten Sound, sowohl eben aufgrund der Tatsache, dass so viele gute Chorsänger dort in dieser Halle wirken, gemeinsam mit einer riesen Welle, mit einem Schwall, mit einem Zuzanami, kann man schon fast sagen, von tollen Klängen überhäufen. Also eben halt auch die Arbeit mit den Solisten, mit den Chorsolisten und mit einem großen, verhältnismäßig großen Orchester, hat man in der heutigen Zeit auf der Profiseite nicht so häufig, ist nicht alltäglich. Und insofern war das für mich auch nochmal eine ganz spannende, eine sehr, sehr schöne Arbeit, an die ich heute noch gerne zurückdenke und hoffe, dass man, wenn das Ganze auch mal wieder anzieht, irgendwann auch wieder die Gelegenheit haben, zusammenzuwirken. Darauf freue ich mich und jetzt habe ich lang genug gesammelt. Jetzt sende ich einfach mal liebe Grüße aus Essen und hoffe, es geht euch allen gut. Bis dahin. Tschüss. Und jetzt hier auf den Ausschalter. Und jetzt hier auf den Ausschalter. Und jetzt hier auf den Ausschalter.